hallo ich bin bauchi und ich mache da nicht mit schon eine weile nicht aus ganz bestimmten gründen nicht ich habe mir immer so ein paar notiert kann ich mal kurz darauf eingehen stelle das hier mal so hin und zwar mache ich bei gewissen sachen schon eine weile nicht mehr mit weil ich festgestellt habe dass wenn ich die mitmache ist mir selber schlecht geht dadurch und dann habe ich im umkehrschluss auch irgendwann mitbekommen dass man immer es mir schlecht geht es daran liegt dass ich etwas mitmache oder mache das mir nicht gut tut und aus genau dem grund mache ich so einiges nicht mehr mit und ich wollte dieses videos gerade einfach mal machen weil ich weiß dass inzwischen etliche leute schon länger als vier wochen auf ein video ein angekündigtes warten in dem ich versprochen hatte zu erklären warum es mir inzwischen wieder so gut geht und ich habe eigentlich gerade schon gesagt warum nämlich was da nicht mehr mitmachen und ich bin sehr dankbar für den hashtag den der gunnar kaiser da jetzt da losgetreten und die welt gesetzt hatten dass so viele leute darauf anspringen und das ist mir natürlich gerade auch ein anliegen ist auch ein solches video zu machen einfach um diesen move zu pushen und ich habe mir hier unter meinen notizen geschrieben ich mache da nicht mit und zwar erstens beim leben nach vorschrift was hat das denn bitte mit freiheit zu tun was hat denn bitte das leben in irgendeiner form mit freiheit zu tun wenn uns am ende nichts mehr übrig bleibt und das geht gerade einfach nur ins extrem ja das ist nicht so als wäre das vorher nie gewesen vorschriften durch gesetze moral und ich habe halt eben explizit andere ethische vorstellungen als ich moralische vorstellungen haben sollte wer den unterschied zwischen moral und ethik nicht kennt das soll sich ja bitte mal schlau machen das lohnt sich ein bisschen zu recherchieren oder ich sage es mal einfach ganz kurz für all die dies nicht wissen moral ist das allgemeine empfinden von richtig und falsch und ethik ist das persönliche empfinden von richtig und falsch und ich möchte bitte nee da ist nichts mit bitte das ist eine klare ansage ich entscheide das selber was ich richtig und was falsch finde und das lasse ich mir auch nicht nehmen da mache ich nicht mit zweitens der glaube dass wir politiker bräuchten die uns unsere probleme lösen und so da mache ich nicht mehr mit mir ist irgendwann mal bewusst geworden dass ich persönlich aber ich glaube da ist da bin ich in guter gesellschaft in einer ganzen westlichen gesellschaft östliche wie westliche geprägte gesellschaft die ihr ganzes leben lang darauf konditioniert worden ist dass wir politiker brauchen ich sag das hier nochmal ich habe kein problem mit politik aber politiker machen politik kaputt weil wir dann gar keine politik mehr machen können letztendlich ist jede unserer handlung in irgendeiner form politisch weil sie nun mal ob wir wollen oder nicht auch andere betrifft und da mache ich nicht mehr mit ich bin könig hier steht hier ich weiß nicht ob ich das lesen kann aber da steht könig ich habe ein buch drüber geschrieben ich habe auch ein neues buch geschrieben habe ich heute schon anders thema anderes video am sonntag aber genau darum geht es in meinem dritten punkt sehe ich gerade energievampirismus da mache ich nicht mit dass er wie viel lebenszeit habe ich vergeudet weil ich mir fahren an energievampiren meine energie habe rauben lassen und dabei zum teil halt wirklich meine wertvolle energie wie perlen vor die säule geschmissen habe und dann immer wieder gucken musste wie ich dann als leer gesaugte hülle dann mich erstmal wieder füllen musste alles hängt alles direkt miteinander zusammen und dieser energievampirismus geht halt eben vor allen dingen über seine haupt triebwerke nämlich angst und gehorsam einher da mache ich nicht mit schon eine weile nicht und immer besser das ist eine trainingssache je mehr man das macht desto besser wird man da drin da darf man sich ruhig ein bisschen zeit mitnehmen gut drin zu werden aber man sollte sofort damit anfangen weil es deine zeit ist um die es hier geht der vierte punkt wo ich nicht mitmache ist unterwürfigkeit hierarchie der irreglaube dass irgendein mensch mehr wert sei als irgendein anderer dass irgendein lebewesen wertvoller sei als irgendein anderes wir sollten langsam aufhören in diesen total bescheuerten hierarchien zu denken weil das extrem verwendbar gegen uns ist vor allen dingen wenn wir an hierarchie glauben dann glauben wir dass da oben einer wichtiger ist als wir und dann glauben wir leider dass etliche da unten noch weniger wichtig sind als wir und das ist eine ganz beschissene sache und da mache ich nicht mit der fünfte punkt ist gegeneinander hetze denunziantentum konkurrenz da mache ich nicht mit da sorry das ist genau das was ich in meinem leben eigentlich überhaupt gar nicht will es reicht mir mich an mir selber zu messen ich brauche nicht ständig irgendwelche anderen an denen ich das kann ich kenne den meinen wert im universum braucht da nichts mehr aus zu rangeln oder wie auch immer man es beschreiben mag mach ich nicht mehr mit und wo ich auch nicht mit mache ist was alle machen es egal was es ist was alle machen bis auf atmen fressen ficken und trinken ähm aber das machen die leute nicht weil es alle machen ich habe hier noch den zusatz was alle machen weil es alle machen so die grundbedürfnisse die machen die haben wir die macht dann machen wir nicht irgendetwas also von den eben genannten weil das alle machen sondern weil wir was nicht machen ihr wisst schon geh mal geh mal geh mal sieben wochen nicht pinkeln bei den dingen die alle machen weil sie alle machen mache ich nicht mit ist mir langweilig geworden ist macht ja jeder schon allein deswegen nicht aber vor allen dingen weil ich mitbekommen wie viele sachen alle machen weil sie alle machen weil das im fernsehen erzählt worden ist weil irgendeine obere übergeordnete instanz das dann wieder so festgelegt hat fühlt sich für mich einfach nicht so an als sei es in meinem interesse mach ich nicht mit aber ich muss ja irgendwas tun irgendwas muss ich ja machen und ich mache da mit ich mache bei the world becomes one mit ich mache bei off moon mit ich mache bei floatology mit ich mache beim großen murmeln mit ich mache mit bei das leben genießen tanzen lachen lieben all die ganzen schönen dinge vor allen dingen immer mein ding da mache ich mit und zwar zu 100 prozent und falls der überzeugung und das kostet mich keinen funken energie sondern das ist tatsächlich immer das gewesen was diese leere hülle wieder mit energie füllen konnte mein eigenes ding zu machen und mir geht es seit wochen wieder richtig geil seitdem ich für mich beschlossen habe ja macht ihr mal ding aber ich mache da nicht mit ich habe hier wieder meinen flow rider und meine freiheit zurück und kann mich einfach auch wieder frei bewegen die rahmenbedingungen sind immer noch locker genug um in der lage zu sein mich frei zu bewegen es sind immer noch möglichkeiten gegeben und solange möglichkeiten gegeben sind meinen tag in irgendeiner form konstruktiv zu verbringen nutze ich die einfach bam aber ich habe keine lust mehr auf gehorsam und irgend so ein bing und mit all den sachen die ich gerade eben genannt habe hat gehorsam nicht das geringste zu tun als Gero sich selber ausleben zu können und produktiv dabei sein zu können und ein schönes leben zu leben die sachen die ich gerade eben genannt habe die findet ihr bei mir halt überall the world becomes one unter the world becomes.one offmoon unter offmoon.org floatology unter floatology.net was auch einfach eine diese eins dieser dinge ist die ich mache weil ich nicht mit mehr mitmachen will weil es alle machen weil es alle machen weil es alle machen zum beispiel facebook werde ich nutze schon lange nicht mehr ansatzweise so wie ich das noch bis vor einem halben jahr und ein jahr vor allen dingen erst recht gemacht habe viel zu energie verschwendend äh äh ich nutze es weiterhin um darauf aufmerksam zu machen was ich so mache meine gedanken in die welt zu setzen aber ich halte einfach überhaupt gar nichts mehr von diesen riesengroßen netzwerken wo ich angeblich alle erreichen kann weil ja alle dabei sind aber letztendlich was habe ich hab 5000 leute auf facebook und erreiche 50 da kann ich es eigentlich auch sein lassen weil die 50 das sind dann sowieso die die es interessiert und die können dann auch einfach in die floatology.net kommen und da wird man mich auch künftig viel mehr finden wenn man persönlich was von mir will weil ich auf facebook immer weniger antworte und jetzt auch den schritt rüber in die floatology machen möchte ist einfach nur ein kleines netz ist mein kleines netzwerk so wie es jeder von uns interessen basiert und themenspezifisch kleine netzwerke aufbauen kann was dann zur folge hat dass innerhalb dieser netzwerk interessierte leute sind nicht einfach alle das ist was dass viele leute bei meinen videos auch immer noch nicht begreifen ja bauchi du hast ja fast gar keine zugriffe ja ich weiß dass ich nur so pro video ein paar hundert aufrufe bis auf halt so ein paar wie halt das hörbuch von 2020 das sind 70.000 auch rufe da lachen andere leute immer drüber aber richtig ich habe damit nicht jeden erreichen oder ganz viele aber ich habe interessierte leute erreicht das ist für mich viel wichtiger die fresse bekannt machen war eine andere sache da habe ich ganz viele leute erreicht das ist um die welt gegangen das ist in 162 ländern der welt in der presse gewesen und von amerika bis russland im fernsehen und das ihr natürlich natürlich auch the world becomes one all diese dinge sind um einiges bekannter inzwischen es gibt sehr viele leute die the world becomes one kennen aber mich nicht was völlig okay mit mir ist weil es geht ja nicht um mich es geht um das projekt beim projekt für mich persönlich geht es ständig um mich ist ja mein leben ein anderes kann ich ja nicht wahrnehmen kann auch letztendlich kein anderer deswegen sollte sich ruhig jeder mal wieder auf sein eigenes leben konzentrieren herausfinden warum ich sage dass es sehr sinnvoll ist dass wir uns als eigene autorität wiederfinden damit wir die fremdautoritäten endlich mal wieder los werden und diesem energiewampirismus endlich mal einen riegel vorschieben können und uns immunisieren können und dazu habe ich gerade ein buch geschrieben wen es interessiert ich setze den link unten in die beschreibung da ist es verfügbar im handel und auf der les2020.de das heißt das schwarze buch zur effektiven abwehr von energiewampirismus und ist eine zusammenfassung all dessen was mir geholfen hat energiewampire aus meinem leben zu subtrahieren und inzwischen ein sehr energiewampir freies leben lebe was bedeutet dass da nichts mehr ist das mir meine energie zieht und da mache ich mit das große murmeln wo ich eben sagte da wollte ich noch kurz was zu sagen finde ich hammermäßig das große murmeln ist ein teil aus dem buch 2020 die neue erde könnt ihr auch auf im buchhandel und unter der les2020.de finden und das große murmeln entsteht quasi dadurch dass menschen beginnen webcams als das mittel zu nutzen um ihre gedanken laut auszusprechen und auch sie zu teilen sie in einer angenehm moderat gesprochenen lautstärke bis hin in jedes wohnzimmer der erde verfügbar zu machen auf wunsch kann ja solche videos auch durchaus in australien gucken wenn da jemand drauf ist der sagt das interessiert mich und dann klickt da drauf dann sieht er das und dafür brauche ich nicht bis nach australien zu brüllen sondern ich muss nur diese webcam anmachen und das große murmeln entsteht genau dadurch und es ist wieder lustig wie viele leute es auch sehen und ich kriege immer diese anschriften du hast genau recht gehabt ich habe mich nur halt eben ein paar jahre vertan und nochmal an dieser stelle für all die die mich noch nicht kennen und wovon ich hier so rede sollte euch das buch 2020 die neue erde interessieren lest es bitte nicht als oder ist es aber ganz anders gekommen lest zwischen den zeilen was da passiert ist nicht wie und dann seht ihr warum so viele leute sagen ja boah ihr hast genau recht gehabt mir ging es nicht um recht haben aber ich freue mich wie viele leute mittlerweile das auch sehen und die möglichkeiten die daraus entstehen erkennen und beginnen zu nutzen und dafür bin ich sehr dankbar all denen die da gerade mitmachen alle die sich gerade trauen und das ist für mich einfach das ist so geil zu sehen wie viele videos ich in der letzten zeit gesehen habe die begonnen mit ja hallo ich bin und das hier ist mein erstes video und dann ging es nicht darum wie schön die fingern gehängelt sind oder wie man jetzt einen kuchen backt oder so sondern da ging es um sachen wie zum beispiel ich mach da nicht mit und das ist für mich einfach ein hammer geiles zeichen finde ich mega cool ich wünsche euch in frieden wer den noch nicht kennt sollte sich wirklich langsam mal damit beschäftigen der fried das ist der fried geht in frieden und lebt euer leben und lasst mich meins in ruhe leben und dann kommen auch alle prima parat war noch was kommt dann im nächsten video tschüss 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 tschüss